moin moin und herzlich willkommen zurück hier auf meinem kanal heute mit einem neuen spiel ich habe mich ein bisschen ausgetobt im eShop von nintendo und haben mal guckt was es da so gibt und eins der spiele was man hier für 2,99 oder 2,98, eine ganz krumme zahl war es zumindest, kaufen konnte war left right the mansion ich glaube ist eine art memory spiel wir fangen einfach mal an mal sehen wie es ist so halte die nintendo switch waagerecht ich spiele aber mit dem pro controller rate die richtige bewegung indem du irgendwo links oder rechts auf dem bildschirm drückst um deinen gegner anzugreifen ich hoffe es geht auch so mit dem controller hier die richtige eingabe bringt dich weiter die falsche führte ich wieder an den anfang achte darauf dass die richtige reihenfolge zu merken diese erinnert sich nicht aber nicht wenn du einen fehler wachs okay billys position hat nichts mit dem raten der richtigen seite zu tun gut zu wissen ich bin gespannt was genau man da machen soll eine kehrt es an wenn alle an sind fertig mit laden man weiß es nicht alles handgezeichnet man sieht gar nicht so schlecht mag ja so guten abend mein junger du suchst einen hund was nun diese wille etwas ganz besonderes du musst nur eine entscheidung treffen links oder rechts eine davon bringt dich weiter die andere führt ins verderben bringe dir also deinen weg eine gehst du nur nach links oder nach rechts die frage wie man es okay okay also ich kann mit denen mit den cursor tasten hinten kann ich das machen und man muss eine bestimmte reihenfolge dann bist du wohl bereit für deine reise viel glück ach und noch etwas vergiss nicht meine freunde zu finden okay also muss man den hinteren tasten macht man das muss man erst mal durchwurschteln und zwar muss man die kombination erraten ich habe jetzt aber links verkehrt dann kommen die zähne okay 101 102 wo gehen wir rein oder unter oben rechts und links ist meins also wir gehen mal nach rechts okay das war vielleicht nicht so gut und jetzt gehen wir mal nach links und jetzt gehen wir mal nach rechts und dann gehen wir wieder nach rechts okay und dann gehen wir wieder nach rechts und jetzt gehen nach links also noch mal links 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 rechts 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 und noch mal rechts links nein falsch falsch rechts 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 links links rechts 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 Rechts, 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 links, rechts, rechts. Oh, wir haben einen Hund gefunden, glaube ich. Heieiei, da muss man sich ja viel merken, ne? Das ist ja auch nur Try and Error, also es ist ja nicht so, dass man da jetzt großartig was reißen muss. Das ist wirklich nur Try and Error. Okay, Kämpfern, Achtung. Oh nein, okay nochmal. Oh Mist. Nein, oh warte. Okay, okay. Nein, schon wieder, okay. Oh, okay. Nein. Ey, das ist ja blöde. Nein. Oh. Wie dumm, wie dumm ist das? Ich kann es gar nicht merken, warte mal. Links, rechts. Rechts, links. Rechts. Links, rechts, rechts, links. Ah, okay. Super Karate Ball. Mein Gott ey, das ist aber schon gar nicht so leicht. Man muss sich schon ein bisschen durchwurschteln, ein bisschen durchkämpfen. No, man muss wieder nach oben kommen. Oh, man muss wieder nach oben kommen. Links. Okay, verkehrt. Links. Rechts. 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 Links. Nein. Okay. Nein. Gleich den ersten verkehrt. Links. So, einmal links. Wisst ihr was? Ich mache es mir ein bisschen easy jetzt. Ich schreibe mir immer genau die Reihenfolge jetzt auf. Hier ganz kurz. Dann kommen wir schneller durchs Spiel durch. Ist das nicht clever? Aber das machen wir gleich. Okay. So, fangen wir mal an. Also. Ähm. Links. Rechts. 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 Links. Nein. Okay, nochmal. Zwei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Links. Okay, dann hätten wir wieder rechts zu helfen. Okay, gut zu wissen. Also, links. Und dann? Eins. Zwei. Drei. Dier. Dier. Fünf. Sechs. Sieben. Sieben. Acht. Oh. Also, die andere Seite. Also, sie habe ich nur hin und her ausprobiert hier, ne? Drei. Acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Oh, das kann man ganz schnell machen. Achtung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn. Oh, der Verkehrte. Das gibt es doch gar nicht. So viele mal nach links. Ist ja verrückt. Versuchen wir nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn. Jetzt müsste da auf jeden Fall nach rechts gehen, oder? Yes. Und nochmal. Nein, die andere ist ja rechts gewesen. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. So, jetzt sind wir beim Hund. Mein Gott, das ist ja behindert. Was für ein Kackspiel eigentlich, oder? Richtig geil ist das nicht. Naja, für den Preis hätte man auch nicht viel mehr erwarten können. Ähm. Okay, wird gekämpft. Auch das Kampfsystem ist ja wirklich ausgeklügelt und sehr, sehr abgespaced. Deswegen wissen wir jetzt schon, dass es einfach nur scheiße ist. Okay. 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 Eingepickt Dummer Bär Ja, ein Highlight das Spiel Ein Highlight Also das Geld war gut angelegt Ich kann es nur jedem empfehlen Dieses Geld lieber für einen Lolli auszugeben Oder eventuell für eine Cola Wenn ihr nicht wie ich Gutes deutsches Wasser trinkt Dann ist eine Cola auch nicht schlecht Guck mal, gleich die erste Tür ist verkehrt Das kann jetzt ewig dauern, wir versuchen es nochmal, pass auf Also rechts Rechts Okay Nein, warte, verkehrt Achtung, und los geht's Wieder verkehrt Oh Mann, Leute Wir haben erst die Hälfte geschafft, wir haben erst die Hälfte geschafft, Leute Oh, wieder verkehrt Also es ist ja wirklich abgespaced, oder? Oh, wieder verkehrt Okay Abgespaced, abgespaced Oh, wieder verkehrt Gut Geht hier drüben weiter Ähm Oh, okay Oh, gut, gut Wir sind schon dabei Okay Wir sind fast beim Hund Oh, wieder verkehrt Mein Gott, das gibt's doch gar nicht Oh, wieder verkehrt Wir sind fast da Und wieder verkehrt Okay, jetzt haben wir ihn aber gleich Achtung Nein Tatsächlich noch das letzte Okay So, haben wir einen blöden Köter Mein Gott, warum kann der blöde Köter nicht aufpassen, wo der hinläuft Müssen wir diese ganze Scheiße dahin retten Ist das abgespaced, oder? Das ist wirklich schon abgespaced hier Das ganze Ding Das Spiel ist auch wirklich nicht gut Jetzt weiß ich gar nicht, warum ich es weiterspiele Weil wir einfach jetzt wissen will, was da passiert zum Ende Oh Was ist hier denn für die Tante? Oh, gleich schon tot Okay, pass auf Gleich tot Okay Eins, zwei, drei, vier, fünf Sechs Sieben Acht Oh Ah, das war's Schön weggeflankt, die Gute Ey, ganz ehrlich Dafür kann man Geld verlangen Ey, ganz ehrlich So ein Spiel programmiere ich selber Ich kann sogar noch ein bisschen C probieren Ein bisschen Flash Das wird heute nicht so schwierig sein Oder? So, jetzt wird es weiter Mit dem hier Proben wir mal Und gleich wiederkehren Das ist ja wirklich nur hin und her ausprobieren, ne? Halter Schwede Okay. Oh, mh mh. Oh, okay. Okay, normal. Oh, mh. 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 Oh, sehr verkehrt. Okay. Also wirklich echt nur ausprobieren, ne? Oh, mh. Oh, mh. Oh, mh. Oh, mh. Oh, mh. Oh, wieder verkehrt. Okay. Oh, nochmal. So, jetzt bin ich gespannt. Und der letzte? Yes. Mein Gott, ey, ist das bescheuert. Und ich mach's trotzdem. Ich zieh's durch. Ich will's schaffen. Bekacktes Spiel. Ihr könnt gerne jederzeit vorspulen. Ihr dürft trotzdem meinen Kanal abonnieren, auch wenn ihr diesen Kack hier gesehen habt. Ähm, naja. Wir wollen mal diesen schönen Geist hier killen. Okay, er killt uns. Kriegt erstmal einer von uns jetzt. Nochmal. Also. Okay. Was der Sinn hinter diesem Spiel ist, ich weiß es nicht. Vielleicht der Sinn dahinter. Macht den Schanzen nochmal wahnsinnig. Oh nein, jetzt will die ganzen Türen durchgehen. Dann sind wir beim Hund. Okay, jetzt kommt nochmal eine so lange Arie. Ich hoffe, wir kommen da schnell durch und müssen nicht so lange rumprobieren. Okay. Die wechseln die ganze Zeit hin und her. Und wieder. Oh, das gibt es gar nicht. Oh, yeah. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ey, die machen nur Scheiß hier. Überhaupt keinen Sinn. Nicht mal ein Muster zu erkennen. Da ist kein Muster. Da ist kein Muster. Da ist ein Muster. Leute, das ist echt nervig. Warum mach ich das? Warum quält er sich so? Ich weiß auch nicht, warum ich das mach. Eigentlich total bescheuert. Oh, wie der verkehrt. Alter! Oh, wie der verkehrt? Der kommt, glaub ich, niemals an. Oh, nochmal. Also. Oh, Mann, ey. Es ist gar kein Sinn im Verstand. So, jetzt. Rechts wieder. Ja, nicht schlecht. Und nochmal rechts. Ja. Und nochmal rechts. Nein, natürlich nicht. Und. Oh. Sind solche Schweine? Das kotzt mich an, das Spiel. Das Spiel ist einfach der Scheiße. Oh, jetzt verdrück' ich mir auch noch. Achtung. 1, 2. Oh, jetzt verdrück' ich mir auch noch. Achtung. 1, 2. Oh, jetzt verdrück' ich mir auch noch. Achtung. 1, 2. Wir sind nicht mal in der Nähe vom Hund, ne? Nur mal so neben mir bei. Okay, wir sind aber fast da. Wir sind fast da. Ah, verkehrt, warte. Okay. Oh nein. So, wir sind fast beim Hund und haben wir in die falsche Tür genommen. Okay. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ah! Noch einer, Alter. So. Alter, ist das ein scheiß Spiel. Mein Gott ist das kacke. Also ihr verhunzt gerade glaube ich eine halbe Stunde auf eures Lebens, wenn ihr mir hier zuguckt, weil es einfach nur kacke ist. Also ich meine, ich habe schon viele scheiß Spiele gesehen, aber das hier toppt ja bei Weitem alles. Ohne Sinn und Verstand. Oh. 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 Dann wollen wir nochmal kämpfen hier gegen mich selber. Uh huh? Hä? Oh. 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 Ok Oh Mann ey Na so ein Spacken Nein 1 So Ok Er schließt das Schloss auf und Oh Der Hund ist frei Was für ein fantastisches Spiel Oh ich danke euch Gerade Simon Danzerau Den danke ich dir direkt Weil wer das produziert hat Der muss einfach das große gewesen sein Wow Bin mir nicht sicher ob die Zeichnungen nicht alle aus dem Kinderbuch geklaut sind Aber Kreative Leitung Ja danke für die kreative Leitung Also die Zeichnung gefallen mir Also muss ich sagen Hier Valerie Dupras Hast du schick gemalt Wenn du das warst Aber das Spiel an sich ist ja wirklich Murks Ich meine Memory Spiel okay Das ist dann Es ist ja unmöglich sich diese Kombination im Kopf Zu behalten Gerade bei den Türen Bei den Kampfsequenzen okay das schafft man Aber doch nicht bei Bei den Türen Niemals Kann man gar nicht Ich würde mal fast behaupten Dass das hier so eine Dings ist hier Kann man wir dringend mal weg hier Naja Danke fürs zuschauen Wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt Wir sehen uns Bis dann Tschüss Und Ciao 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 Ciao